... ... die gewinnen, aber einer der schnellsten war mit Sicherheit der Dirk mit der Startnummer 29 und die ertrachtet jetzt natürlich auf Revauche. Und da geht's los. Kommt mit Start, wieder mit Startnummer 31. Durchgang und außen herum setzt sich die italienische Fork. ... 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 Juma! Juma! Ej, was koktellerom! Jetzt hast du Bescheid, wenn der Joe kommt. Das ist hier der Dracazzi. Das ist hier der Dracazzi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, warte 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 Ja, da schleppt Ja, da schleppt er sich mit der letzten Kraft nur auf die Maschine Ja, warte Ja, warte Ja, warte Ja, schnuppli an Kätzchen Ja, warte Anna Piala Über 20 Sekunden Und der kann sich jetzt wieder starten und 21 aufbauen. Und der kann sich jetzt wieder starten.